Hi, mein Name ist Nils Schmidt und ich heiße dich herzlich willkommen in meinem Video. Heute werde ich dir zeigen, was ich mir so schönes geschenkt habe. Werde das auch gleich mal ausprobieren. Viel Spaß dabei. Und das übrigens bei arschkalten Temperaturen. Es hat wieder geschneit. Ah, das wird schon gut. Ich habe ein Paket bekommen vom DPD. Okay, dann schöne Teil. Geiler Scheiß ist da drin, dann mache ich jetzt mal auf. Einmal hier. Ich frage mich nur, wie ich das jemals ausstabilisiert bekommen soll. Was geht ab, Leute? Ich habe mich letztens beschenkt mit dem geilen Teil hier. Heute ist schon wieder Geschenke da. Da habe ich Bock drauf. Es ist nicht so klein. Ich habe mir gekauft dieses tolle Spielzeug. DJI Phantom 3 Standard. Da geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020